Am Südpol ist es schneeweiß, eiskalt und tierisch langweilig. Kompletter Quatsch. Auf unserer Weiterfahrt nach Südamerika machte das Ensemble Clarinet News einen kleinen Ausflug zur Antarktis auf die Eisberginsel 108, um sich ein bisschen von der Hitze des australischen Regenwaldes abzukühlen. So dachte ich. Meine Damen und Herren, wussten Sie, dass Pinguine hochmusikalische Lebewesen sind? Und was das Ensemble dort bei minus 40 Grad erlebte, warum Pinguine zum Beispiel keine kalten Füße bekommen und vieles mehr erfahren Sie jetzt. Einen tosenden Applaus für die Pinguin-Band. Am Südpol auf der Eisberginsel 108, ist jedem abwiegeln, wie sich tanzt. Bei minus 40 Grad wird heiß Musik gemacht und alle Pinguinen tanzen dann. Und zwar den Pinguin-Mamot, 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 da wird von Tektflut immer wieder Pinguin-Mamot, 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 Pinguin-Mamot. Pinguin-Mamot, 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 Pinguin-Mamot. Seit Mann am Südpol endlich tut in Mammut mit, ist kein Pinguin, das kreist so kalt. Wenn man Mammut tanzt, denkt man, die Sonne prägt, und deshalb tanzt man wohl gut. Pinguin-Mamot. Pinguin Mambo, Pinguin Mambo, ja, der gibt uns jetzt nur den Himmel, der Pinguin Mambo, Pinguin Mambo, Pinguin Mambo, ich hab's gut. Ich gebe Ihnen auf Feierlitz-Grupp, Sie ziehen auch um den Heizung einen Tipp, Sie tanzen immer Mambo um den Tisch, und alle senden diesen Mambo mit. Ja, ja, der Pinguin Mambo, Pinguin Mambo, Pinguin Mambo, alle gibt uns jetzt nur den Himmel, der Pinguin Mambo, Pinguin Mambo, Pinguin Mambo, ich hab's gut. Puga, Pinguin Laura, Applaus